Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5690 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die tägliche Zahnpflege ist sehr wichtig. Ich demonstriere, was du tun solltest. Die tägliche Zahnpflege ist sehr wichtig. Ich demonstriere, was du tun solltest. Die tägliche Zahnpflege ist sehr wichtig. Ich demonstriere, was du tun solltest. Ein Arzt setzt einen Defibrillator ein, um das Leben seines Patienten zu retten. Ein Arzt setzt einen Defibrillator ein, um das Leben seines Patienten zu retten. Hier sind die Unterlagen, die ich vorbereitet habe. Tut dir auch der Nacken weh? Manchmal kann ich es kaum aushalten. Tut dir auch der Nacken weh? Manchmal kann ich es kaum aushalten. Tut dir auch der Nacken weh? Manchmal kann ich es kaum aushalten. Ich habe erst lesen gelernt, als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ganze Bücher lesen. Ich habe erst lesen gelernt, als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ganze Bücher lesen. In meinem Restaurant biete ich den Gästen traditionelles japanisches Sushi an. Diskrete Entscheidungen können oft mehr bewirken als große Worte. Immobilienmakler müssen sich in der Immobilienbranche auskennen und über die neuesten Markttrends informiert sein. Immobilienmakler müssen sich in der Immobilienbranche auskennen und über die neuesten Markttrends informiert sein. Meine Freunde wundern sich darüber, dass ich so am besten lesen kann. Meine Freunde wundern sich darüber, dass ich so am besten lesen kann. Wir sind auf dem richtigen Weg. Niemand kann uns mehr aufhalten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg.